guten tag ihr mädchen und ihr buchern okay wir haben ja gestern eine sehr schöne folge gehabt wo schritt hochdeutsch geil ja wo so metropolis anspielungen war jetzt habe ich ja weil gesehen ist noch keine drum die folge ich habe gemeint die werden ziemlich fertig okay ja geil dann machen wir noch ein bisschen weiter gucke vielleicht kriegen wir die jetzt fertig plus dann noch ein schiff wackelt also wieder aber bin ich hier überhaupt ein kohlekiller oder es sieht mir nur einem rätsel aus alle fälle sind es überhaupt kohle das sieht mir halt eher wie normale stelle aus dem ding stelle verfüttere oder was ja jetzt jetzt liefe doch alles drei du kannst du einfach ratten stecken die kinder wollten so essen also anhalt hunger es ist nicht so geil was machst du nicht zuge ja kommst du hier gehst du zu durch trawahl noch geläbt ich hab's doch okay da überhaupt nicht guck mal das ist nicht weiter als ich mag herr hatte habe ich schon vielleicht er hat zwei wo ich das erwähnt habe ach guck mal du da hätte man es eigentlich gar nicht mehr so weit gehabt ne zack dann gehen wir in die recording room das sieht aber anders da aus wie ich in erinnerung habe was ist denn das dahin leinwand aufsteht pferd pferdegaul haben wir nicht irgendwie tasche lamp okay da ist jetzt nichts interessantes das ist pferd ne hund also der hund presst grad was wahrscheinlich rat oder so und ich soll jetzt entweder die die ratten die ist nix was hat er jetzt ok kann ich jetzt nochmal wählen jaaaa komm gib halt hier ich hab genug also ich will jetzt die gib mir nur die ratte hier du sollst keine rat essen du wäsch dummen kopf gib mir die ratte her die ist nix von dich ernsthaft jetzt hörst du mir nicht zu gib mir die ratte gib mir die verkackt ratte der hat der hat der kleine kleine kinder gehabt der hund vielleicht wohl deine hat kinder stark davon aus dass quasi jeder genauso gemacht hat das licht und spreche nix nix und schon ich gehe erst mal hin und gucken was da ist dir geht zu dir geht zu ok ok das gleiche kind hat jetzt die lille gesagt du hast es nicht genommen jetzt du stufer hungre er hat die lille jetzt das zu essen im bruder gibt jetzt wo der ist das ist so schlank du lässt es gehen, du vergisst es ach moment wir sind doch von einem hund verfolgt wo also so oben in dem zwingendor ging es vielleicht so darum dass man sich mit dem hund gekloppt hat aber der hund hat halt kinder gehabt und dann wo ich hätte vielleicht an mich denken soll also an mich ich habe ja auch kinder also meine schwester boah das ist jetzt schon ein bisschen fies ne pritzel pratzel was sind wir hier drin nix wo ich strak um junge ich würde ich würde gern aufheber ich komme aber nicht dran ich schleiche uns an da okay fliegendes vieh hat lauter ippel gess was soll das denn china gemälde wunderhübsch wunderhübsch ist das hübsch was ist denn das das ist immer so schlimm wenn du dann so ein china bild ziehst das problem froh schenow was es ist und dann ist das kind natürlich ja das ist bla 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 oder sage hat das ist aber ein schönes feierbeer auto und dann sagt es gehen das ist ein krokodil wer ist sie junge bist du der kleppel junge doofen letztens war in die dohn hatte koppel da aus schluss gehob machten die sowas also ja ist gerade erklärt wo warum sie es machen ist es geht ab wo ich wieder gesufft oder was ich kann jetzt aber das nicht ist endlich ein abort spielt man so ab warmwasser kalt oder super alt also geht es nicht so die hinter uns zu aber hinter uns mit uns dreck schipp amado sein ja geil du kannst du ihm was The Night Fiend. We are the Fiend Club. Okay, was? Was ist das für ein Plakat von mir? Was ist denn desto über eigentlich? Ach, das ist die Tier. Okay, das ist aber schön, dass man hier... Ach, das ist doch voll praktisch. Ich meine, wer kennt es nicht, ne? Komm ich heim. Musst du dringend kacke? Die Freundin aber auch. Und dann, ja, was machen wir jetzt, ne? Und so kann ich hier quasi zusammen kacke gehen. Gibt es dann etwas, was mehr sagt, dass man verliebt ist, als zusammen kacke zu gehen? Obala, da kommt man so gleich hoch. Okay. Ah, wo du? War das von schon gelöst? Sag mal dann. Von leitender Sicherheitsbeauftragter an alle Offiziere. Ich ordne hiermit an, die Vorräte an einem Ort mit erhöhter Sicherheit im oberen Frachtraum zu verlagern. Ich erwarte, dass im nächsten Bericht die Sicherheit aller Vorräte nachgewiesen werden kann. Damit erkläre ich das Thema für beendet. Die haben also halt... Ne? Die Kiddies haben halt immer noch was gekriegt. Und die halt so... Ey, das geht jo gar nicht. Du verschwind immer noch Dingsbum. Sie müssen das Essen wegbringen. Ist super. Jetzt haben die Kiddies immer weniger zu esse. Und was war das? Cool, er hat Gold. Aber da übelse Tier. Man muss mir natürlich erst hingucken, ne? Ne, mir ist noch nicht. Okay. Also, da kommt viel her. Da hat er verlor. Du geht, wenn ich hier... Mir geht nicht mehr. Aber da komm ich her, gell? Müsst du zu sehen? Ne? Ah, doch, da komm ich her. Okay. Du hast also der Goldrotscher... ...ein großer Schatz verlor. So, machen wir mal was schon um. Gehst du zu? Nein. So. Oh. Ah, da hat wieder Gold. Guck. Boah. Ja, aber... Ich weiß nicht, ist das Gold vielleicht sinnbildlich für... Na ja, da war mir ganz viel zu essen, da. Du Blöde. Aber die haben gesagt, dass es weggemacht wurde. Noch mehr. Gold. Richtig schöne Piratenmünze. Wie hieß ich das? Jawohl. Guck mal, Schatzkarte. Uh, muss ich besoff hin und her lave. Und da hin ist das Ding, wo du dich erleichtert kannst. So, was ist das? Klöcke dann dort? Okay, das ist jetzt der Piratestyle hier. Zack. Was ist das? Kompass! Kompass! It's no good. We'll never find any food. James, look at me. And it's all my fault. I said, look at me. I am Captain Banes, the black wanderer. The slayer of the Cyclops. The Seeker of the Flame. I will see us through this. Don't you ever doubt me. The Seeker of the Flame. The Slayer of the Cyclops. The Eater of the Reds. Nee, nicht. Even nicht. The Fashmeyer of the Reds. Ja, das war aber eh. War die Ratschen immer voller Made und oder oder Leid die halt schon länger, weil sie halt nicht gestern also noch frisch war. Oh geil, komm mal nun. Ist schon schön hier. Hör, ein bisschen kurbel. Kurbel, kurbel. Ab, komm. Ah, guck du, Schatz, komm mal. Jetzt gehst du zu, oder? Ich war enttäuscht. Alles schwere, die. Hopp. Warte ich, du's batschen. Eins, zwei, drei. Jabla. Alter. Alter. Jetzt. Geh zu. Boah. Das ist wirklich ein fuck. Schwere dir. So. Guck mal, du. Ach, das soll äh, äh, goldener Kelch sind. Also so, so, äh, sowas, du halt. Ich dachte, das wäre so der heilige Kral. So, und du? Was machst du denn du da, wenn ich dich mal froh darf? Außer dich komisch arschlein. Okay, dann. Dann machen wir was, was da Geld hat. Ich glaube, das hätte ich auch noch hingekriegt. Danke. Ui, ui, dann lässt du schlecht schlafen. Wie ist es? Vollrutschig hier und du. Ja, aber ich will auch zum goldener Schatz. Oder so. Sogar Perle-Kette. Meine Mutter hat ja auch eine schwarze Perle-Kette. Der racht sogar. Kriecht er jetzt nicht. Bah. Also das ist ihr große Schatzkammer. Ich hoffe, dass sie die gefunden haben. ja, ich glaube nicht, dass sie so doof ausgesiehert mit den vielen Fisch. Aber das ist halt zumindest irgendwas, wo keine Ratte sind. Was ist denn da drin? Fisch? Wer hätte das gedacht? So, jetzt muss ich die... Oh, guck mal, die Dier ist jetzt aber anders da, ne? Ah, die geht wieder nur aus. Wie je die Dier, wo ich entlang gehen soll. Okay, jetzt gehe ich dann den ganzen Weg zurück, der aber noch mit Goldduplone war. Ja, aber... Ich sah jetzt einfach mal, dass das doch das Kühlhaus quasi ist. Okay. Na, das ist ein bisschen so bestimmt nicht ausgesehen, ne? Das wäre nicht schlimm. Noch mehr Dinger, wo? Fisch? Hä? Ja. Besser wie Ratter, ne? Denke ich mal. Aber da wundert mich halt nicht, wann es so so aussieht, dass du überall Ratter rumrennen. Guck mal, guck das doch mal an. Vielleicht... Vielleicht hat der Käpt'n das gar nicht gesagt, welche die Kinder, welche die... im Mundraub sozusagen. Sondern, weil die halt die Fische und das Essen einfach irgendwo auf die Botte geschmissen haben. Und deswegen hat er gesagt, hey, sagen wir ihr leid, tun doch das Essen aufs Regalrahmen. So. Im Moment sind wir beim Fullstop. Was gibt's hier? Etwas, was schwer rauszunehmen ist. Was kannst du in Arbeit? Hier, so. Von zweiter technischer Offizier an äh, Requirierungsoffizier. Moment, ich gucke mal. Ach ja, gut. Ich weiß, dass sie ihre Befehle haben und ich möchte ihnen nicht zu nahe treten. Ich glaube nur, dass der Boss nicht vernünftig handelt. Er würde die ganze Nahrung sogar verfaulen lassen, nur um sie unter Kontrolle zu haben. Jedenfalls werden die Arbeiter langsam ungeduldigt. Die Schichten werden länger und nun müssen sie auch noch mit weniger Essen auskommen. Sie sind anständige, gottesfürchtige Männer. Nicht ein Dieb unter ihnen. Aber wenn der Magen knurrt, kann das ganz schön reizen. Wie, der hat also eigentlich eine Leid nicht bezahlt. Äh, nicht ein, also nix, nix zu essen gibt. Oder halt, wenn ich ja zu essen gibt. Scheebleed. Oh, komm, oh, das ist ein Schuko-Sticker, oder? Oh, ein bisschen. Ja, dann würde ich mal sagen, was passiert denn eigentlich, wenn ich jetzt nicht auf Dead Slow gehe, sondern da lieber. was? Oh, das ist ein Schuko-Sticker. Keine Schnaft? Ich habe gemeint, ich muss da, ich muss da immer da hingehen, wo das, wo das X da ist. volle Fahrt voraus. Ich bin so dumm. Okay. Ja, geil. Ah, warte mal, da war so ein Ding. Schuko-Schuko-Schuko-Schuko-Schuko-Schuko-Schuko. Kenner du, oder was? Was geht denn ab? Oh, was das? Das sieht aus wie ein Abwasserrohr. Oh, was kommt. Ah, ich soll rennen, wahrscheinlich. Nee, ich kann nicht rennen. Wat? Oh, das tut weh. Achso, das kommt so ein Intervall. Okay, dann warten wir einfach. Ja, komm. Ich muss mich klein machen. Ich fühle mich so. Okay, okay. Geschnallt. Weiter geht's. Klein machen. Ja, aber was ist das? Und das sind halt die Leitdarsteller, quasi. Oh, hoppla. Weil das ist jetzt quasi die Leitdarsteller, die dich suchen. Was ist das? Ja, das ist weiß. Alter, was bist denn du? Bist du mich verarschen? Ja, okay. Dann ist das alles. Halt, schau mal. Dass das Licht nicht in den kommt, das wollen wir ja gar nicht, ne? So. Zack. Okay. Ich tu nicht zu. Hopp. Die stehe ich jetzt immer. Das ist dich ahleichte. Ah, danke. Ah, das ist die Rätsel, die sind halt schon, uh, richtig, richtiggehend arschtringend. Also, wenn man du nicht so schlaues Kerlchen wie ich es, dann packt man die nicht, die Rätsel, du. Okay, aber Rätsel sind nicht Rätsel eher, wie ich die dir da zum Rätsel mache. Oh, ich bin doch nicht mehr. Ich bin doch nicht mehr. Ich bin doch nicht mehr. Nein, nein. Aber was geht denn hier? Ich bleib drum kurz. Da steht er da. Ich komme, wenn das kommt von da vorne. Geh jetzt von da hin. Lauf! So, ich glaub das haben wir. So, stimmt, du wuchs mal so. Stimmt, du wuchs drin. Hallo. Das Herz der Stadt. Es geht nicht mehr. Ähm. Wir haben verloren. Diese Welt hat uns nie gescheitert. Lass uns das brennen. Zusammen. Tja. Schnell rumdrehen. Bevor der Wullewuchs kommt. Ach, da ist das. Da kommt der Leuchtturm jetzt an. Komm mal. Komm mal, lock zu. Ich glaube, dass ich in Ruhe umgucke. Danke. Ja, nee. Müssen wir trotzdem zu machen. Aber nichts drin ist. Hoppala. Jetzt haben wir natürlich viel verpasst. Ja, komm, es ist mir jetzt auch ehrlich gesagt so. Shit on it. Scheiß. Scheiß drauf. Wir gehen weiter. Zack. Die Demos zu sind. Es zieht. Und zwar so richtig halt, wie man merkt. Es zieht halt richtig. Hoppala. Hoppala gehau. So. Hauhalle. Uah. 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 Das war doch was. Das war doch was. Das war doch was. Alter Gehwurf. Bist du hin? Uah. Dir zu. Uah. Okay. Was ist mit dir da hin? Kann ich doch irgendwie... was drehen? Das ist bei der Kille. Das ist zu. Das ist Fernseher. Okay. Ich drehe Mododra. Moment. Es ist als ob ich... nie wirklich hier gewesen wäre. Das ist... Schade, ne? Okay. Dann drehen wir mal den Rettel. Ah. Warte mal. Warte mal. Ach so. Der... Der Knisch wird davon. Der wird dann davon. Was gedacht? Ich bin jetzt in der Fernsehengestelle oder was? Der hat er sich jetzt eröffnet. Okay. Die Kitties verstecken sich also immer noch vor der Light, wo sie suchen. Ah. Ich verstecke. So hier gehen. Hey. Hallo. Ach. Scheiße. Ich weiß halt immer noch nicht jetzt, ob wir jetzt eine Film spielen. Also ob das Teil des Films ist. Also ob der Film das mit der Kinder ist. Ob mir die Filme sind. Ich bin ja immer noch der Meinung, dass ich so Figur... Figur da bin. Schatten von dem, wo du hängst, quasi so irgendwie. Ah. Wieder Wasser. Ja komm. Was geht dann? Mach mal das, ne? Komm her, wir machen gleich beide. Ich bin ja schon hin, dass das überhaupt geht. Ich bin ja schon hin, dass das überhaupt geht. Ich bin ja schon hin, dass das überhaupt geht. Was ist das so? Ich bin ja schon hin, dass das überhaupt geht. Die Brücke zum Schuss wurde, was? Das hat überhaupt keine Sinn. Du? Uh. Junge, du gefallen. Achso. Nee, nee, nee. Warte mal. Ich bin ja schon richtig du, ne? Das ist doch nuff. So. Klack, 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 klack. Das ist doch sehr gut. Von jedes Mal. Ah, jetzt. Ah, da guck. Ah, warte mal mal. Junge, mach mal was bitte. Danke. Bichte Bicht, hey, echt jetzt. Danke, danke. Danke, danke. Wer ist schon reich. So. Kann ich doch hochgehen? Schon mal. Hier geht aber ich wahrscheinlich. BW. Der tödliche Witz. Tritt ins Licht. Ich trete hier gleich ins Licht. Ich trete hier gleich ins Licht. Hallo. Ah, ah, ah. Achso, achso. Ich hab's verstanden. Wie? Soll ich da euch wieder? Oh, geil. Ich, ich, ich. Tritt ins Licht. Hey. Ich durfte da rumzufallen. So, was mit dir? Oh, oh, oh. Ah, das geht doch ins Bay. Ah, Klicke hat. So. Okay, das war cool. So. Schleich und Satz vertäuscht. Ich bin quasi bei Kiel. Ich sollte mich wohl eher beeilen, Satz da. Ah, schnell Luft. Wo, ich, wo, ich, wo, ich muss mich jetzt rinne. Ach, schnell durch. Huh. Ah. Oh le, wunder gefallen. Ja nu, da ist nichts passiert. Komend, okay, das Asshole ist kaputt oder so. Ja okay. Wir sind da irgendwo irgendwo. Hallöchen. ah du schon du schon warte das habe ich schon so lange nicht mehr gemacht wusste ich gar nicht, was heißt also entweder ist das ein Whirlpool was ich nicht glaube oder du hast tierisch Bohnen gegessen das ist ja schon das ist ja schon ein bisschen ich hoffe, dass das da dein Knie ist ich meine nur, also es sieht schon ein bisschen seltsam aus ich lasse dich mal ich lasse dir mal die Privatsphäre kann ich das wieder zumachen? ne tut mir leid, dann muss ich jetzt halt bei öfnem Ding oh, was ist das? ja das war du also ja jetzt sind immer noch Whirlpool so seltsam Stecker rausgezogen äh ne Tür ist zu ja, ich ist nun, ich ich komme nicht anders dahin die Tier ist zu ich gehe stark davon aus dass nach Videospiellogik die Tier dann aufgeht weil ich den Stecker der da so blitzdingt weil ich den da zu dem Pupsi-Boy doch nicht lehnt du ich habe was rausgefunden wie man noch besser Blub pro mache kann da so, jetzt ist die Tier auf, ja na ja, klar du hast es gemacht, Mr. Hardy jetzt, geh ich nicht das ist nicht auch hier ok das ist wieder das komische Bild ne, sieht diesmal anders aus du bist wieder du hast dich noch nicht mal mir vorgestellt ich weiß so gar nicht wer du bist also ich bin ja Schauspieler ne woher weiß ich doch gar nicht wer die ist so, ich muss losgehen naja noch weiter los so hat hat geil Hans, bist du der Hans-Olo, guck der, oder hängt der, Hans-Olo was ist denn da, hängt jungen, hans, hans, hans meine hisse ach, hans, hans halt, hans, hans, hans hans Ich sitze nur noch an den Fernseher. Du kriegst ja vierägliche Aue. Komm, ich mach nach. Ich drehe ins Bett. Okay. Vielleicht... doch nicht so gut gewesen. Na ja. Ah, komm, komm, komm. Jetzt, äh, 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 äh... Da-da-da-da-da-da. Jetzt ist wirklich- Ding fertig. Hopp, ja Carrie. Geh weg. Ha, und wer geht von alleine? Find ich gut. He-he. Okay, sorry, dich muss da... Ich musste dich schon mit mir schmeißen. ich werde ja verfolgt ich werde verfolgt diese gruselig schon hast du gesehen de monster hatte mich verfolgt ich kann doch ich kann doch nur da sieht er mich nicht jetzt wieder hier fallig stödel so tnt ding macht dazu tnt ding oder habe ich bock darf ich jetzt heißer kaputt sprengen hier geil also wenn es der traum ist es nicht einfach muss so dinge rausziehen und ruft riege und dann einfach mal alles in die luft zu sprengen hat das ist ja cool das ist das lichtgetöne das trompete ding na hat er schon angst von mir jetzt sollten aber an zack jetzt alles alles so ist das alles platt ach wie schön ich wackele eben warum ich wollte es noch ein bisschen das müssen jetzt bin ich wieder rausgekrabbelt hätte ich doch gleich gekennen sogar schien die musik ja 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 schien ich zu ja geht zu und er geht schab hier immer noch acht modus gold rutscher wieder ach habe ich jetzt gepackt oder was jetzt hier wieder schwarz weiß moment oder wieder zurück dass der schief habe ich eventuell raus ich verstehe jetzt okay gold gold und auch ein thorn heißt na kommst du hier stelle ich halt dazu trabe es war dann nur schon wieder hat sich bladio roots okay ich habe zwei irgendwas nicht ganz aus oder hin und lauter gold hier ist es dann halt los war sogar typisch geläser was erscheint du jetzt ich habe es gesehen ich habe es mit der nase machen oder was also aber voll an der kopf gehauen wir wieder ich das hasse ich will doch jedes modiert zu machen und dann aber passiert wieder irgendwas und ich sie es nicht ich glaube das spiel ist halt einfach nicht gemacht verleiht die gern die die hier zu machen machen was ist nun sie sind auf dem abort das geht war nicht ihr noch aus so fisch spiegel sind naja man sieht schon dass ich einer bin aber halt nicht so wirklich das war ein spiel besser kommen ja es sollte leben leben wie geht es mit dazu ich schreibe mit zuerst jetzt es dreht sich immer in die selbe richtung ich sage ich suche mal ich grüße die ernsthaft jetzt ah ja ich hätte so durch das getriggt halten durch eine richtung dass du dauernd hin und her ding bumse so so fußt drin naja sanft brise hier war das nicht groß gestanden okay ja noch mal unsere notwürft erledigt schädet hier zumachen Zack, stinkt ein bisschen da drin Aufnahme So Kaka Ein Haus besteht aus Wänden und Balken Und im Dach Ein Haus besteht aus Ängsten und Träumen Ach komm, kommst du her Ich fand das mit den Balken doch irgendwie besser Komm her Ja, guck Was heißt das? So Ah ja, da ist es Alter Uh Leid, was? Was ist geschehen? Ich hab gehört, dass der Regisseur verwutt außer sich ist Und kurz davor steht, das Ding abzublasen Es scheint, als hättet ihr zwei völlig unterschiedliche Auffassungen über die Hauptfigur Ich hoffe, du weißt, was du tust Dein Freund und Agent Was ist passiert? Okay, ich hab Ich geh jetzt darum zu Ah ja, da hinten das Tongedöns Hab ich dir alles nahe gehört? Nein, ne? Eins, zwei, drei Ja Ich muss natürlich auch irgendwie drar kommen Ist das angefuddel? Hallo Da Ah, Kurble Also, James Ich bin korrekt, dass du, dass du irgendwo da draußen живst? Ja Mit deiner Familie? Meine姉in Oh, du hast eine姉in, Blin Und was für deine Eltern? Vater Oh Well, wir beginnen mit deinem Vater Er muss stolz sein, dass du so junger Mann wie dich selbst Naja, es ist Säure. Okay. Ich würd gern das Thron-Ding wieder rausnehmen. Ah. Was ist das da, Oskar? Weißt du, das ist ein bisschen... Keine Sache. So. Was haben wir hier? Metronom. Tick-Tack. Tick-Tack-Tuck. Bisschen umgucken. Ah, das wird glatt von mir gemult sein. Pechliche gemacht. Ach, Mann, ich war doch echt auf dem Abort. Ah, es rent. Da kann ich nicht irgendwo... Es hört ja doch Apple rum. Ja, überall Apple rum, ne? Ich kann doch irgendwo Nuff gehen, gell? Da neben, und da kann ich rausgucken. Mach mal noch. Trap, 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 trap. Wieso Leidende und nix? Hab ich natürlich schon irgendwas gefunden? Ah, guck mal, du bist ein... Double Shadow. Twelfth Night. Willem Shakespeare's? Zwölfte Nacht. Wut? Kenn' ich gar nicht in der Schrift? Night Fiend. Wie heißt das? Me... Megalopolis. Na sowas. Megalopolis. Hehehehe. So, wo kann ich nur drüber rumgehen? Ging das schon immer? Okay. Ist jetzt schon... Interessant. War das schon immer so? Das nächste? Ah, so ist es noch. Am Kronleuchter hängen. Am Studioleuchter, Alter. Okay, das war... Huh. Das sieht schon seltsam aus, oder? Finde nicht. Naja, wenn man schon zur Richtigkeit hat. So. Guck mal, oder durch. Juh, es rennt. Oh, was ist das? Huh, was war das? Äh. Oh, da ist noch was. Ist das ein Boot? Ah, das sieht voll scheiße aus, wenn ich so Saat öffne. Hehehe. Bäm. Ich kann einfach alles versenken. Ja, geil. Gibt's da ohne Wasser. Okay, ich hab zwei Dinger versenkt. Komisches Metallgericht. Wupp. Ach, guck. Das hab ich gefunden. Aweil. Das da. Splish. Geduscht. Hehehe. Äh, ja. Weiter geht's. Aber du mit deinem Pichadot komm ich noch nicht so klar. Äh. Ich hab nicht gedacht, das sind halt so Kapitel, aber ich hab doch jetzt schon als abgeschlossen sozusagen, oder? Hab ich? Sag mal hier. Ist der Fernsehraum, gell? Mhm. Dann lass mal noch ein bissl. Ich will mich echt noch da unten an der Diaraum geh. Bump. Unter an der Di... äh, an der Diaraum. An die Dias du geh. Ich hab ja was gefunden. Dann mach mal die doch hin, ne? So. Moment. Also es brennt. Äh, Leute. Es brennt immer noch. Es brennt nämlich. Das war's. Ich hab gar keine Dias gefunden. Ich hab gar keine Dias gefunden. Naja, ok. So. Da komm ich hierher. Da kann ich aber auch nämlich hierher gehen, oder? oder so und dass der hund ich kann ja bis ich bewege es langt nun etwa ganz raus jetzt bin ich wieder bei mir warum auch immer so jetzt also ich habe jetzt halt gelernt glaube ich glaube ich das war nicht du halten ausgehen da kommt jetzt gleich wieder die zwischen sequenz haben müssen noch mal gucken ja warum net ne ich habe ich erschossen habe ich erschossen wenn der hatte dort und jetzt so also weiter geht's nicht so dann haben wir das jetzt zu ende drum also der zweite akt kenne jetzt an die dritte gehe als das ist ich glaube dass es dass man so dann halt später aber man alles soweit hat dass man so dann später entkommen kann man muss halt immer durch jeder akt durch jeder akt oder so wird man wahrscheinlich stickel sticke mehr freischalte oder so vorstellen dann würde ich sagen war das jetzt noch ein bisschen kürzere folge ich hätte eigentlich gedacht dass man innerhalb von zwei minuten eigentlich fertig sind also es war ja noch recht von der vorherigen kapitel 2 so zu sagen das ist das ist das tschuldigung so naja sagt erst mal noch hier bisschen umgucken und ist nur der und da hängt was den charakterformen in sich gehen kontext hintergrund das hat mich hergebracht die gegenwart ist in der vergangenheit verwurzelt der hat eine sauklaue schöne sauklaue bisschen kursiv aber kürzelschrift ist das ist das die ratte fra so wie gesagt bitte wer noch agenum ich behaupte ich bin so eine mannequin so ich muss jetzt desto dorn hin mache und hin und her und tralala machen wir aber nicht das thematismus so richtig wie es sind soll als stadt von der next volk nehme ist es okay ja solange ich kenne her der nase hat mal sagen wir einfach ja aller gut dann dann sind wir mit der folge fertig die verweist hat so ein bisschen die die nachwege sozusagen von der metropolis folge metropolis folge ich finde immer also das war wirklich schönes kapitel also fand ich gut war so die nachwege halt noch ein bisschen rumgerannt mit dem komischen licht getönt zu tun ja das war halt mal ein bisschen was anderes musste ich hier kommen so ein bisschen so das ist so welcher ja es ist immer noch ein walking simulator aber es ist halt ein bisschen hocking und und running simulator war schon cool hat mir gefallen besser wie nur rumlaufen es ist halt immer noch im vergleich zum ersten teil halt ich finde sie bist du hast mehr spielerische möglichkeiten ja mehr nicht so viel mehr aber halt doch schon mehr aber es ist halt irgendwie seichter aber wie gesagt wenn man es richtig im mindset hat dass man doch halt einfach durch geht um einfach nur zu gucken dann ist das schon in ordnung und man deshalb nicht als vorraus spielen nehmen oder so weil das funktioniert nicht ist eigentlich wo aufkommt sind die verfolgungs dinge und ja ich spiele super billig einfach dass sowas erst gar nicht passiert also dass ich dann einfach platt machen kann dass ich mich schon nicht gehetzt fühlen mag ich nicht ja ob ich komme ins schwafle ich bringe die sache hier zu ende wir sehen uns morgen in der nächstes volks gehabt euch gewogen